Ein bisschen ein positives Bild, endlich mal, wir haben es doch so lange erwartet. Jetzt haben wir es tatsächlich da, zumindest mal Intraday, wir sehen das hier beim DAX Future, also für das handelbare Instrument, darauf gibt es natürlich auch CFDs und andere Kontrakte, aber für das Instrument, das eben nahezu 24 Stunden läuft, ganz ist es ja nicht der Fall, aber zumindest mal relativ lang am Tag. Was wir sehen ist, dass der Rücksetzer, wir sehen es hier noch auf Tagesebene, immer noch in dieser Box, ich habe es ein bisschen zu kurz gemalt, aber es geht mehr um die Höhe jetzt bei der Geschichte, dass wir irgendwo in diese Box reinlaufen. Ihr wisst, immer so ein bisschen die Unterseite unter der 61.8 ist auch noch okay, das ist nicht fest definiert, aber je mehr es hier nach unten abweicht, desto eher ist es dann eher, ist es das noch? Aktuell würde man also sagen, yep, dieses Muster, was wir hier haben, vielleicht etwas anders gezeichnet, ist aber irgendwie etwas Korrektives und für die etwas längerfristig orientierten, bietet sich da vielleicht sogar eine Long-Möglichkeit über das letzte Zwischenhoch und wer es nicht genau erkennen kann, dann machen wir das Ganze nochmal größer. Es ist das Hoch vom 5. Mai, das wäre sozusagen das letzte Zwischenhoch. Wie kommt da drauf? Letzte Tief, Vorletzte Tief, das Hoch dazwischen, deshalb Name Zwischenhoch. Das wäre ein möglicher Einstieg für die Long-Seite in der Erwartung, dass dieser Anstieg, diese Korrektur dann so entsprechend weiter fortgesetzt wird. Also sogar ein ganz bullisches Bild, was wir hier haben. Das Schicke ist, dieses Update hier am Nachmittag hat ja eigentlich mehr so den Blick auf das kürzerfristige und da haben wir, wenn wir uns diese Tageskerze von heute angucken, aber zumindest mal hier einen Eindruck, dass das ja durchaus eine starke Aufwärtsbewegung ist. Ich gehe jetzt mal bewusst auf den 4-Stunden-Chart, um nicht so sehr viel Details zu haben. Nehmen wir mal an, das ist dieser Tiefpunkt hier. Das ist der Hochpunkt hier. Das ist die relativ starke Aufwärtsbewegung. Ihr seht, dass auch hier so ein Rücksetzer nicht untypisch wäre. Im Prinzip genau das Gleiche, was wir auf Tagesebene besprochen haben, nur eine Ebene kleiner. Tiefster Punkt hier an der Stelle und höchster Punkt aktuell ist an der Stelle. Das wissen wir noch nicht. Es kann ja sein, dass es in den nächsten Stunden noch weiter steigt. Dann müsst ihr diese Zeichnung, die ich jetzt vornehme, entsprechend anpassen. Aber aus aktueller Sicht ist hier das letzte Hoch. Und dementsprechend vom Tiefpunkt zum Hochpunkt Fibonacci einzeichnenden Rücksetzerbereich wäre jetzt ebenfalls, wie wir es gesprochen haben, ungefähr diese Zone hier. Also typisch ist nicht ganz so lang, aber wenn ein Nachthandel dazukommt, kann sich das ein bisschen in die Länge ziehen. Das heißt, wenn er in diese blaue Box reinfällt, für die, die es nicht gut lesen können, 13.450 in etwa, ein bisschen drunter oder die Unterseite oder 13.550, ein bisschen drüber auch okay. Das ist so die Range, die für diesen Anstieg jetzt eine wunderbare Korrektur, sagen wir mal Ausprägung eben von der Größenordnung darstellen könnte. Wenn es hier ebenfalls dreiwellig ist, ein wunderbarer Long Trade. Wenn es stattdessen aber nicht dreiwellig ist, es ist ja nicht immer dreiwellig, manchmal sieht das auch so aus, dann ebenfalls letzte Tief, vorletzte Tief, zwischenhoch, dazwischen, aber auch in diesem Fall die Fortsetzungserwartung nach oben. Und damit hätte man vielleicht sogar im Kleinen einen sinnvollen Einstieg für das große Bild. Solche Sachen konkret mit einer Einstiegsmarke, das ist natürlich was, was wir uns dann gerne angucken, wenn es soweit ist. Aktuell wissen wir ja noch nicht, ob das so aussieht oder so, wie ich es eben gezeichnet hatte. Wir wissen auch noch nicht, ob er noch ein bisschen weiter hoch geht, bevor das passiert. Wir haben aber jetzt schon eine Idee, dass wenn als nächstes nach dem Anstieg so etwas Wackeliges kommt, wir die Chance haben für eine Fortsetzung. Dafür sieht es gar nicht so schlecht aus. Also vorläufig erstmal die Abwärtsseite gestoppt. Ob die allerdings tatsächlich jetzt die Bewegung schon reicht, um wirklich das zu initiieren, das werden wir ja erst im Laufe der Zeit mit den Brüchen dieser jeweiligen Marken dann eher manifestieren. Also das ist bis jetzt nur mal eine grobe Idee, aber zumindest mal die Chance dafür. Was würde das Bild kaputt machen? Je mehr die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, jetzt doch eher wackelig dann vonstatten geht, desto eher würde man sagen, naja, es sollte doch ein Impuls nach oben sein, also wieder möglichst so aussehen. Und das können wir dann wieder unterscheiden, ja dann doch lieber nicht long gehen. Aber man hat ja bis zum jeweiligen Trigger, bis zu dieser Einstiegsmarke immer ein bisschen Platz, muss also nicht so schnell reagieren, sondern kann warten, bis diese Marke dann entsprechend gebrochen wird. So, was machen denn die Amerikaner? Ja, die müssten dann doch ebenfalls so aussehen und ja, so ein bisschen sieht das so aus. Ich hatte das hier schon mal so eingezeichnet, ist aber sehr auf der Oberseite und die Oberseite, die Höhe wäre für mich völlig in Ordnung eigentlich. Aber was ich auch immer gerne angucke, viele kennen das unter dem Begriff Slope Indicator oder wir sagen auch häufig Spiegellinie, wenn das zu schnell, zu kurz ist, ist das immer nicht so gut. Das ist ein bisschen unterhalb. Ja, das ist nicht schlimm, aber ich mag es lieber, wenn wir jenseits dieser Kiste hier liegen. Eigentlich müsste man das, was ich häufig als blaue Box zeichne, eher so zeichnen. Das heißt, hier ist die Gefahr, die Chance, die Möglichkeit noch, dass das erst in etwa so aussieht, jetzt hier nochmal runterkommt und anschließend erst nach oben kommt. Oder, und wenn ich ehrlich bin, mir fast am liebsten wäre, wenn wir jetzt diese Bewegung hier nochmal eine richtig deutliche Korrektur haben, so ähnlich, wie ich das beim DAX angedeutet habe, und dann erst in diese Richtung gehen. Also hier, je korrektiver der Teil aussieht, je besser ich das unterscheiden kann von dem Anstieg, desto lieber bin ich auf der Longseite, wenn wir dann nachher diese Marken durchstoßen. Das ist beim S&P nicht großartig anders, also das Prinzip ist hier das gleiche. Also die relativ starke Anstiegsseite, die recht kurze Korrektur hier, höhenmäßig okay, zeitlich ein bisschen arg kurz. Ich mache es auch hier mal, ich mache es mal hier groß, dann könnt ihr das besser sehen. Machen wir mal die Zeichnung hier weg. So, dann messen wir vom tiefsten Punkt bis zum vorläufig höchsten Punkt, und dann seht ihr, naja, der ist hier so halbwegs unterhalb der Marke. Ja, gewünscht hätte ich mir, dass er irgendwie da ist, da in diesem Bereich. Ja, das wäre eigentlich noch schöner, denn dann ist es klassischer, denn typischerweise sind Korrekturen hier, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das eine Korrektur ist, wenn das dann durchstoßen wird. Hier ist es nicht. Trotzdem kann man sowas handeln, man hat ja dann auch die Möglichkeit, in irgendeiner Form den Stop hinterher zu ziehen. Beispiel, Supertrend und so, das will ich jetzt nicht so genau sagen. Dann hätte man immer noch einen kleinen Gewinn gemacht beim Parabolik, hätte man einen etwas größeren Gewinn gemacht, wenn man nicht fünf Minuten nimmt, sondern 15, dann wäre es vielleicht sogar ein kleiner Verlust. Aber letztlich ist das nicht so das Dramatische, denn ihr habt die Möglichkeiten über diesen Mechanismus natürlich in irgendeiner Form die Stops hinterher zu ziehen. Nee, ihr werdet noch nie mehr ausgestoppt worden, wäre man sogar noch drin, aber das Risiko wäre relativ gering bei dieser Geschichte, wenn ihr jetzt auf 15 Minuten zum Beispiel den Stop hinterher gezogen hättet. Also die Ausrichtung zumindest mal mit einer Chance für nach oben. Also ich hatte ja gestern noch gesagt, das Bild sieht noch nicht, also wir warten eigentlich drauf, dass mal ein Dreh kommt, aber es sieht noch nicht nach dem Dreh aus. Das, was wir hier haben, bietet zumindest mal die Chance für einen Dreh, dass der Kurs noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. An den übergeordneten Zielen hat sich da nichts dran geändert. Die gelten weiterhin, ihr könnt ja das Video, was ich am Montag zum übergeordneten Bild rausgegeben habe, noch mal angucken. Ansonsten hier im Nahkampf-Chart würde ich sagen, zumindest mal eine realistische Chance, dass der Kurs noch ein bisschen weiter nach oben geht. Für die nächste Zeit allerdings, wenn ich dieses hier angucke, also für die allernächste, so ähnlich wie ich es beim DAX gezeichnet habe, erst noch mal runter. Ihr erinnert euch, dieses erst noch mal runter. Da stünde jetzt idealerweise, so wie ich es hier auch angedeutet hatte, noch mal an. Und wenn ihr nicht wisst, wie hoch, Tiefpunkt, Hochpunkt, Fibonacci, diesen mittleren Bereich, 50, 61,8 bzw. oben die 38,20er, da wackele ich rein, perfekt. So, mehr kann ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.